Der zweite Tag ist in der Mitte. Grüßt Ihr Kollege Haferkamp. Vielleicht hat man heute Nacht Stromausfall und sein Wecker ist rausgegangen. Tut mal leid, Herr Kassler, mein Wecker. Ich hatte heute Nacht Stromausfall. Ist das alles? Fünf Brillanten nach drei Karaden. Haben wir den Karneval verfasst? In der Panzerfaust, komischer Karneval. Hände hoch. Und da wär noch eine Sache. Es ist der schlimmste Tag meines Lebens. Es ist erst 12 Uhr. Und das hier ist Erregung öffentlichen Erdernisses. Wir wurden überfallen. Soll ich sagen, dass Ihr entlassen seid? Wie bitte? Wir, die Hauptverdächtigen. Dieser Mann hat Schulden, seitdem es ihn gibt und er ist trotzdem der ehrlichste Mensch, den ich kenne. Wolltest Du nicht lieber die Polizei machen lassen? Quatsch, Polizei! Scheiße! Tina! Wir sind berühmt! Stimmt! Ich sehe schon das Schild. Detektei Haferkamp und Kozlowski. Ein Anruf gemacht. Peter? Siehste? Schon ist das Eis zwischen uns gebrochen. Ich frage mich! Das ist leer! Da rennt einer über den Platz! Was ist hier jetzt für die Brust? Warum? Oh! Oh! Weh! Weh! Geh! 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 Ah! Ah! Bahra, tak nahm er.